Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Für das heute hoffentlich im Trockenen stattfindende Rennen hat Pirelli insgesamt drei verschiedene Reifenstrategien bekannt gegeben. Eine Einstopp-Strategie ist ausgeschlossen. Beginnen wir mit der schnellsten Variante. Da hätten wir die Soft-Soft-Hart-Variante, mit der zum Beispiel Ferrari starten wird, wobei man in den Runden 13 und 26 die Gummis wechseln lässt. Dann hätten wir die Medium-Soft-Hart-Variante, mit der Mercedes startet, wobei der Reifenwechsel in den Runden 15 und 28 stattfinden wird. Last but not least die Soft-Soft-Soft-Hart-Variante, mit Reifenwechsel in den Runden 8, 19 und 30. Von dieser Variante raten die Italiener ab, weil sie mehr Autos auf der Strecke überholen müssen und viel mehr Risiko in der Boxengasse hätten. William Story, der CEO vom Energy Drink-Hersteller Rich Energy, erklärte im Mai vor Gericht gegen White Bikes, dass er sich für das Hirschgeweih entschieden habe, weil er aus Richmond kommt, einem Stadtteil im Südwesten des Zentrums in London. Im Richmond Park, dem größten königlichen Park in London, sind oft Hirsche zu sehen. Daher das Logo von Rich Energy. Das Gericht sah das anders und fällte das Urteil. Urheberrechtsverletzung. William Story sowie der Logodesigner Staxo-Web mussten bis zum 11. Juli Gerichtskosten in Höhe von 35.416 Pfund an White Bikes überweisen, doch das ist nicht passiert. Jetzt kam ein Schreiben an einen Minderheitsaktionär von Rich Energy. Darin hieß es, dass Haas sich mit einem neuen Management von Rich Energy auseinandersetzen wird, wenn es einen klaren Beweis dafür gibt, dass William Story von seinen Aufgaben entbunden und ein neuer Geschäftsleiter eingesetzt wird. Da White Bikes im Mai den Logo-Streit vor Gericht gegen Rich Energy gewonnen hatte, kann es sogar so weit kommen, dass der Fahrradhersteller einen Antrag auf Zwangsauflösung stellen könnte. Das Geweihlogo darf ab dem 18. Juli nicht mehr verwendet werden. Außerdem muss Rich Energy mit Haas bis zum 1. August Details zum Abkommen, zur Finanzlage und zur Produktionskapazität offenlegen. Frage an euch, was könnte laut eurer Meinung noch alles auf Rich Energy zukommen? Stimmt oben rechts in der Infokarte ab oder schreibt einen Kommentar. Robert Kubica möchte sich in der Sommerpause Gedanken um seine Zukunft machen. Es gab ja vor kurzem erst Gerüchte, dass er von einem anderen Fahrer bei Williams abgelöst werden soll. Teamchefin Claire Williams hat diese Gerüchte abgewiesen und bestätigt, dass der Pole diese Saison zu Ende fahren wird. Frage an euch, wird Kubica 2020 noch in der Formel 1 sein? Stimmt oben rechts in der Infokarte ab oder schreibt einen Kommentar. Kommen wir zu Mikes Meinung. Was Haas und Rich Energy angeht, hoffe ich auf eine weitere Zusammenarbeit, denn man stelle sich mal ein aktuelles Formel 1 Team ohne Hauptsponsor vor. Kubica wird, zumindest sehe ich das so, nach dieser Saison gehen. Er ist ja bereits 34 und wurde bisher in jeder Qualifikation von George Russell geschlagen und auch in jedem Rennen, abgesehen von Frankreich, hatte der Rookie die bessere Platzierung. Ich glaube, dass er in der kommenden Saison von Nikolas Latifi ersetzt wird. Kommen wir zum Community-Kommentar. Wichtel F1 hat folgenden Kommentar unter meinem letzten Video geschrieben. Also wenn das Nachtanken zurückkommt, bin ich aus dem Häuschen. Das würde die Action bestimmt sehr anheben und vielleicht haben kleinere Teams auch bessere Chancen. Genau der gleichen Meinung bin ich auch. Das mit dem Nachtanken habe ich ja nicht mehr live erlebt, da ich erst Mitte 2010 richtiges Interesse für die Formel 1 habe und ich hoffe, dass die Chefs grünes Licht für das Nachtanken geben und es 2021 wieder eingeführt wird. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, könnt ihr auf Like klicken und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann das mit einem Klick auf Abonnieren nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao. 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 Vielen Dank.